Felix Büsching, meine Damen und Herren, ein besonderer unter den Besten und der Lokalmatador unter den Kandidaten, denn er wuchs in Braunschweig auf, studierte und promovierte hier. Als kleines Kind strebte er eine Karriere bei der Müllabfuhr an, doch daraus wurde leider nichts, stattdessen wurde er Informatiker. Das ist er auch heute noch, und zwar an der TU Braunschweig. Dort arbeitet er am Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund Connected and Mobiles, Wenn man ihn fragt, was er da tut, würde er sagen, ich arbeite an Kommunikationsnetzen und allem, was damit zu tun hat. Als Kind war erst Peter Lustig sein Vorbild, dann Michael Knight, heute ist es am ehesten der Dude, links im Bild. Felix sieht seine Stärken in seinem grundlosen Optimismus, seiner stürzlichen Gelassenheit oder gelegentlichem Menschenhass. Er geht gerne nüchtern auf Karnevalspartys, renoviert sein Haus in Braunschweig oder genießt die frische Luft auf Festivals. Seinen ersten Science Slam bestritt er schon 2010 und vielleicht auch deswegen ist sein Lebensmotto, it's better to burn out than to fade away, wenn das nicht vielversprechend ist. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017